An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst so einen Frauen verstehe. Was ist das, Paradieser-Fern? Scheiße. Ich will, dass du einen Adztest machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Oh, mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Just like that. Hey, Coco. Hi, mein Baby. Hi, mein Baby. I am a business owner. I run a restaurant in Abbottstreet. I've had it for five years. I'm also the president of the Abbottstreet Downtown Business Association. Look. Look. This company. We started two years ago. We built it up to this point. And we launched this week. We built it up to this moment. Until then. We built it up to the+, and it broke it out. Untertitelung des ZDF für funk, 2017